Ich bin hier mit Lukas Heger von den Eisbären Regensburg. Hallo Lukas! Ihr seid dieses Drittel, wie man so schön sagt, rauskommen wie die Feuerwehr. Ganz anders spült als im ersten Drittel. Woran liegt es? Was war das Drittel anders? Ja, ich denke, wir haben einfach geradliniger zum Tor gespielt. Wir haben viele Chancen kreiert, jetzt müssen wir sie nur noch reinmachen. Wie genau habt ihr euch das Drittel vorgenommen? Wie genau wollt ihr die Beste reinmachen? Ja, also erstmal müssen wir schauen, dass wir defensiv gut stehen, damit wir keine Gegentore gegen uns kriegen. Und ja, und vorne einfach Puck zum Tor, irgendeiner geht schon rein. Okay, alles klar, vielen Dank und noch viel Erfolg im letzten Drittel. Wir übergeben jetzt eine kurze Werbeunterbrechung und danach sehen wir uns gleich wieder im Studio.